Der Schwede Martin Lundqvist Der Schwede Martin Lundqvist ... bis jetzt... ... vier Zentimeter Sekunden vor und vor... ... und jetzt, das gehört zu drei Zehntel in die Runde. Unter jedem Fahrzeug in der Ecke war ja eine 7,1 ist gegangen, und hinterher ist das nicht wirklich mehr, aber es ist seit einer 8,7 oder so weiter, und dann weiß Patricia Kessler, ist hier in der Ecke noch nicht in der Ecke. Danke. Eine Vorführung von fast einem. Ich halte immer noch, ob ich hier immer den Vorführung übernehmen. Größere Wien. Zwei Kapositive Reaktionszeiten bei Stefan Winter.